Musik 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 Hat keiner mehr gekriegt? Doch Shit Musik 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 Soll ich dir mal meinen dicken Brummer zeigen? Oh yeah Ja, okay Und damit wieder mal herzlich willkommen zurück bei Borderlands Echt? Cool, da freue ich mich drauf Ja genau, ne, Shadow am Mikrofon und Grimson am Gelben Gelben Oder gelben Banane Genau Die keine Muni mehr hat Oh ja, das ist doof Also fast keine Genau, was gut er sagt, dann wollen wir mal Hey los, muss deine Kanne auf Fahr schon, fahr schon Und ures Sag bloß du bist müde Nee 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 Wirklich? Ah Genau Ich meine, hier dünne schon wieder die ersten Teile Äh Alter, nimm das auf. Geh doch. Guten Morgen! Na, habt ihr Spaß? So. Ui. So, war ja jetzt, äh, alles easy hier. Noch. Äh, oh, ich hab keine Muni mehr für das Ding. Oh. Ja, das hab ich, das war mein Action-Skill-Versatz, aber dafür füllt er meine Muni. Ey, braucht Ding dringend Raketen? So, wie komm ich jetzt da hoch? Well, that's a good thingy. Here is something. Mhm. Aber hier ist auch hier in der Arena, seitdem er ist tödlich. So, äh, was willst du jetzt? Äh, zwei Teile liegen ja noch. Eins liegt so ein bisschen da oben, mit dem Träger und eins liegt da. Hm. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir einfach so die, äh, die Rampe, die da ist. Ja, ja, da war ich ja schon einmal. Oh, kam ich nicht hoch, oder wie? Äh, ist leider... Oder, warte mal, ich könnte den Sprung versuchen. Aha, wir wussten nicht. Ups. Pfff. Mit SMG-Visier, Zusammenbau erforderlich. Sagst du, das andere ist hier. Äh, 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 äh. Na, 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 na. Oh, hab ich so'n krassen Tinnitus gerade. SMG-Gehäuse, das ist aber ein heißes Teil. Nein, das ist ja nicht. Brauchst du auch in der Arena prügeln gehen? Ja. Ich könnte noch ein paar Level-Ups gebrauchen. Ich auch. Wie sieht's bei dir aus? Ich brauch noch ein Zehntel, da bin ich, äh, Level-Up. Warte, sag ich dir gleich. Oh, hier gibt's schon die, ne, die nächsten Speicher-Decks. Oh, die sind ja so scheiße teuer. Ich brauch auch noch ein knappes Zehntel. Mhm. So, hä? So, guter Herr. Was gab's hier, ist auch noch, äh, scheiße teuer? Ach, die Upgrades. Ja, die Speicher-Deck-Upgrades. Aber die kommen erst mal Zeit. Ja, ich hab hier für einen Raketen-Launcher erstmal. Wir dürfen das hier noch nicht machen. Hä? Ja, wir haben die Kräfte hier noch nicht geholt. Arschloch. Das heißt, wir müssen uns wieder mit so Pille-Palle hier, aber... Hier ist noch Raketen-Werfer, Muni. Gut, komm eben später wieder. Pff, fahren wir erst mal nach New Haven zurück. Ja. Äh, hier da. Jetzt hab ich nicht noch mal durchlaufen. Weee. Morgen. Oh, ich glaub, ich hab ihn getroffen. Ich glaub, ich hab einen, ich bin überfahren. Hm, egal. Passiert schon mal hier auf Pandora. Ja, genau. Ich mein, ne, überfahren zu werden, das gehört ja hier zum guten Ton. Genau. Ich hab dich überfahren lassen gehört zum guten Ton. Ja, ich hab dich überfahren lassen. The fuck? Was für kräftige Motherfucker. Ähm, so viel zum Thema, äh. Sich überfahren lassen. Da kannst du mal sehen, diese Banditen halten nichts von guten Tönen. Nee. Oh, den Schockrack. Oha. Komm her, komm, blick zündig an. Das hat echt nichts. Nichts, nichts getroffen. Nee, ist nichts gefallen gelassen, nee. Was ein Arschloch. Alter, ja, hat ein Arschloch, der unsere Karre hochgejagt hat. Was ein Arschloch. Was ein Arschloch. Wie hier noch die Beine liegen. Unglaublich. Unglaublich. Gut, so lange ist hier der nächste Catch-a-Ride, aber trotzdem. Ja, sich überfahren zu lassen, gehört hier zum guten Ton. Steige ein. Mach ich. Oh, komm, steige ein, meint er nur sich selbst. Ah ja. So, ich steige ein, und ich so höflich und steige ein, ich nehme dich mit in meinem treuen Gefährt. Oh, die Nachbarren sind so gut. Ah, schön! Siehst du, der ist nett, der lässt sich überfahren. Der hat ja auch. Also, halt. Boah. Ja, nö. Oh, was war das denn? Ich war in der Piccolo School of Dodging. Na, dann sammeln wir. Seid ihr grüßt! Helena Pierce hat weitere Töten für dich in New Haven! Ja, ist gut, Claptrap. Ich... Ich hab's verstanden. Oh, ich hab... Jetzt hab ich ihn auch. Oh, Mann! Hey! So schnell war ich wirklich noch nie. Na, die Karre ist im Weg! So, wer... Oh! Hoppala! Perfekt geparkt! What? Ich sag dazu nix mehr. Hast du was gegen meine Parkkünste? Ich glaub was gegen Helena Pierce. Ah. Weil sie nicht an die Kammer glaubt. Was? Jacks anderes Auge. Was haben du und Marcus getan? One-Eyed Jack ist total verrückt und meine Quellen sind auf New Haven abgesehen. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihn töten, bevor er zuschlagen kann. Du hast uns die Suppe eingebrockt. Du löffelst sie aus. Okay. Gibt sogar ne Combat Rifle dafür. He, he, toll. Passe auf dich auch. Ah, toll, danke. So, was haben wir hier? Ah ja, die Submaschinengang. Großartig! Hier ist ein SMG. Es ist wie neu. Die ist scheiße. Stealthumper. Ein neuer Spielpunkt. 79 mal 2. Hä? Du bist schon Level 7. Was? Hä, warum ich nicht? Weiß ich nicht. Ah ja, das ist der nächste Skill, den ich dann machen möchte. Ich bin traurig. Bei wem müssen wir hier den Fusel abgeben? Ach ja, bei den Dings da. Bei Crazy Earl, ja. Ja, wir machen erstmal Jack. Ja, wir machen erstmal Jack. Ja, was sagst du zu der Waffe hier eigentlich? Die da? Ja, die da. Ne, ich hab einen besseren. Ja, ich hab definitiv einen besseren. Mhm. Den ich aber auch kaum benutze. Ich höre schon, die Sniper jetzt viel zu selten im Vergleich. Ja, ich auch. Ich hab grad die Pistole hier und meine, meine Combat Rifles sind gerade sehr gut. Ja, ich bin jetzt auch eher mehr hier halt, äh, den dicken Otto hier. Ich hab gedacht, das ist eigentlich Spaß. Ja. 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 Fickt euch. Wacht, ach man. die 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 zensieren nach Spawnlands genau die 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 gehört so Moin da ist er ja schon hui Auf die Fresse. Okay, ciao. Zack, auf die Fresse. Jetzt zum Level ab. So. Komm her. Zack. Alter, wer war das? Oben. Ey. Der war das. Den Mad Jack hast du gekriegt. Hier ist er explodiert. Äh, der ist doch. Der ist nur Jacks Auge. Butz. Ja, butz alright. Und was stinkbar ist, der Butz. Das war. Geht doch. Muli. Hä? Ach, da oben ist noch einer. Ciao. Jetzt aber. Ach, du reibst ja noch weiter auf. Joa. Gab halt nix besonderes. Okay. Hier blüht noch ein Scheißhaufen. Hm. Schon wieder unser Auto kaputt gemacht. Ich fasse es nicht. Na ja, Jack wird sich jedenfalls nicht so schnell wieder trauen, uns anzugreifen. Ui. 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 Ein Feuerwerksballerer. Ich nenne die so. Die Heiden sind jetzt so. Das sind Feuerwerksballerer. Fallteller. Oh, das hat weh getan. Meine Fresse, so nervig ist. Spider-Ants. Spider-Ants. Ach komm, wir gehen da auch noch looten. Höh. Greif dir jemand die Pumpe. Schuhr. Schuhr. Weißt du, pumpst die Typen voll Blei, nehm die, nehm die so voll mit, aber eine Schelle und sie... Ja, ja. Okay, hier bin ich voll. Ich hab ne Klaas, mach die voll. Die hieß Anführer. Für wen ist sie? Für mich. Ach so. Okay, das kannst du eigentlich nie wissen, weil, äh, lore-mäßig ist Roland von den, von den vier Wall-Tuntern, äh, so gesehen der Anführer, der unoffizielle. Ach so. Oh, ja, die richtigen Worte benötigt. Hm. Also, wenn Roland sagt, Leute, wir machen eine Band auf, sind die anderen alle einfach... So. No questions asked. Jetzt hat mein Rocket Launcher hier drei statt zwei. Muni. Nice. Nice. Yo. Darf ich hier noch einen Skillpunkt? Ja. Geil. Nice. Wir holen uns ein Auto, nehme ich an. Bin ich dafür. Das Workout ist zwar nicht schlecht. Man muss ja nicht übertreiben. nicht übertreiben hey schnauze da hinten ich habe ich schon so an diese an die ja von unserem gefährt als auch das von mir dieses violette alles ja aber wenn du dich umfärben willst macht das wieso magst du mich nicht so meinen farben ich liebe dich das weißt du ach na dann es kommt auf die innere werte an und der kolesterin spiegel ist einfach mal scheiß und der seitenspiegel gut wenn du auf die innere werte schafft bist wo ist die nächste schüssel ich habe es nicht verärgert aber du hast dich der verantwortung gestellt und die situation geregelt vielen dank ein wachsames auge ich get it because she only has one ist gut oder ich hieß die jetzt so das macht deswegen weiß es gut guck dir die an warte mal ach komm ich behalte erstmal dann nämlich erstmal hier die schrute weg du bist jetzt natürlich aus ist ob die wirklich so gut ist wie sie behauptet und ich bin mit dem farbschema könnte man es auch direkt crescent rose nennen oooohh ja shooting rose warte mal kurz mal kurz gucken was die was das ding ist das sentinel reifel zwischen 70 und 183 schaden da sind noch besser kommen können sie hat 3,9 fachen verringerte genauigkeit das ist stadt gerade und erhöhte nachladegeschwindigkeit und die nachladeschwindigkeit ist wird wenn die genauigkeit mit 90 ist auch nicht schlecht ist nicht unbedingt so gut wie die die ich vorher hatte aber nicht schlecht sagen also farblich habe ich mich schon ein bisschen habe ich mich ein bisschen verliebt auch wenn ich die liebe auch wenn ich nie wirklich benutzen kann oder so aber ja so ich gehe immer noch zu markus hat sich also hinter meinem rücken auf padora niedergelassen ich sollte mit ihnen ein vertrauliches gespräch über ihre geschäftspraktiken führen was die banditen angeht werden sie hoffentlich von nun an bei mir kaufen es hat mir eine freude gemacht mit ihre geschäfte zu machen und die ist scheiße danke markus ach hier anführer glas mod taktiker glas mod sperrspitze ich möchte meine bettel kobe eigentlich nicht sofort abgehen muss sowieso noch gut die wirklich was kann ich kippe die rutschung hin und kopp ich glaube dass sie besser sind das ist das ist das ist das ist war ich 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 Das funktioniert nicht! okay dann kommt jetzt bloß noch das ding okay die zeit haben wir definitiv noch okay und dann es war so klar warte mal was war das denn du bist dran okay das ist mein Fußball ja ja warte mal gefällt der jetzt weil er fast kaputt ist ja ja du bist auf oh oh wenn es geht noch aber wenn er qualmt ist nicht gut nö heute nicht die Nachbarn nö okay ich brauche auch mal Urlaub oh gut ach ja was ich noch gar nicht erzählt habe die sind wieder da so ciao diesmal war zu höflich was ich noch gar nicht erzählt habe ja meine Mutter hat heute mal wieder angerufen oh boy und sie hat wieder mal ihre Frage so herrlich bescheuert gestellt dass ich da gar nicht anders konnte als herrlich bescheuert zu antworten mhm wie hast denn Ostern geplant okay ich so wie habe ich Ostern geplant gar nicht na dann kannst du ja vorbeikommen ich sage nein 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 du hast mich nicht verstanden ich habe Ostern gar nicht geplant okay so schlecht ist es schon mal nicht ja der Schaden ist definitiv höher das macht's aus was bleibt da oh rex fuck off ah bloß die blöde schroti man sind die nervig ach deshalb warum gehe ich zur Seite wenn ich weh drücke ja hm keine Ahnung so lag da noch irgendwas ich glaube nicht ist jetzt auch egal oder ja mein linkes Ei das zöckt das zöckt das zöckt das zöckt oh was ist mit dem rechten Ei oh das ist tot vielleicht habe ich dich angeschwindelt dieses alien kacken schwarzen Dings das hat Kron der hat mich zweimal niedergestochen was Kronk falscher Hebel Kronk ey 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 wie die heißt wer was heißt die knarre die ich da in die woche habe weak sauce okay das heißt schon dass die nicht gut ist schwache soße ich kann doch einfach durchgehen ja die versuchung ist zu groß so jetzt zu diesem fremdartigen komische geschichte chrome hatte davon wind bekommen und kam vor ungefähr einem jahr hier vorbei er machte mir ein angebot dass ich einfach nicht ablehnen konnte warum glaubst du habe ich mich hier verschanzt keine ahnung warum er danach suchte und ich wollte doch keinen streit seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen er braucht etwas zu essen ja okay gut darf ich dann danke hey wenn ich besser zu tun hast kannst du mir meinen abendboden besorgen ich rede am besten ich rede vom besten essen auf pandora skeg sind dosen das einzige problem ist dass das chrome ist auch liebt und er hat mir einer von deiner wunschliste mag er mag dieses essen auch und er hat mich meiner ganzen vorrede beraubt mach dich nützlich hat das alles ja geh raus zu zu kaufs canyon und hol es zurück okay und das nächste fragment du willst dieses fremdartige ding haben so ein hartgesottener bandit namens chrome hat es mir gestohlen ein freund hat das schon wenn du dumm genug bist dich mit ihm anzulegen okay du findest ihn in nordöstlicher richtung in chrome's canyon folge einfach dem fluss nach norden vorbei ein flott lockt lockt wenn du es von ihm zurück bekommst könnt du und diese tennis damit machen was ihr wollt ich bin damit fertig die kabel fertig da wieder aussieht ja irgendwann irgendwann hier lang glaube ich warte nie wir müssen tatsächlich wieder zurück man hat uns hinters licht geführt was und da ist dunkel ja ist auch hinterm licht revolver muni brauchst du nicht noch weiter komisch manchmal zeigt mit sich das dinge aufgehoben werden aber dann taucht der text auf dem bildschirm auf ich habe noch eine handtuch um den kopf kaboom gags in dosen wer ist denn sowas herr komm zum beispiel ja und wir schon klingt hier wird er geschrieben live oder was das ist dann noch ein schrank zu kaca helena pierce brotts enn die ignoranz Punkt dass ich die arbeit abon Und geht uns auch nicht aus. Hier ist übrigens noch mal ein Raketenwerfer, Monique. Ach ja. Joink. Hopp, hopp, Rinnenkopf. Zicke zacke, zicke zacke. Ich mach das Fahrzeug klar. Nordüstlich von dir, hat er gesagt. Ja. Wir machen den Weg frei. Ciao. Oh, Entschuldigung. Hab ich nicht ganz verstanden. Ja, ja. Ihr habt mal Spaß. Geht mal Raketen fangen. Mhm. Chrome hat übrigens eine richtig schöne Knarre, die ich gerne hätte. Okay. Auch wenn es bloß eine Pistole ist. Okay. Weil die feuert wirklich direkt Stromschaden, aber dann irgendein so Dreier-Burst. Mhm. Und die Waffe ist eigentlich richtig gut. Für ihre Verhältnisse. Bei meinem ersten Durchlauf habe ich die bis in den zweiten Spieldurchlauf mit reingetragen. Mhm. Und dann im zweiten Spieldurchlauf durch die bessere Version ersetzt. Chrome's Sidearm ist eine richtig gute Knarre. Yay, lassen wir wieder in den Rust-Rust-Commons e... Jetzt gucken, ob ich auch richtig fahre. Natürlich nicht. Okay, die Rakete ging jetzt durch das Schild. Hab ich auch so mitgekriegt. Was kannst du eigentlich, Dreier-Burst? Gut, meine Mutter. Aber das ist auch nicht schwer. Den verkneife ich mir jetzt. Heyo! Nochmal. Das schaffen wir. Allez hopp! Geronimo! Au! Allons-y! Weeeeee! Au! Gar kein Fallschaden? Nö. Ah, neat. Wir müssen eh hier lang. Okay. Ich kann's vielleicht nicht mehr hören. Was? Na, von ihm. Was? Am schwarzen Brett in New Haven sind neue Missionen eingeschlagen. Hier gibt's ja auch nochmal ne Schnitzeljagd. Irgendwann. 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 Fange ich wieder zu ballern an. Fangen wir gleich an. Da hinten ist schon... Da! Da, 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 da. Nice! So, und da hinten steht noch bei einer. So, das sind bestimmt die wichtigsten Gefahren sind ja schon mal aus dem Weg. Fehlen bloß noch die kleinen Insekten. Dann. 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 Das sind jetzt echt viele. Boah. Danke, komm. Da oben ist noch so'n Ding. Ah, fuck. Yes. Fuck, my life. Alter, das gibt's doch nicht. Wartet den, lass mir. Achso, der hat doch noch... Sag mal, wie hilft das denn du? Sag mal, also. Holy shit. Shit, aber wirklich. Piss off. So, wo ist noch einer? Ach, der hast du jetzt auch schon in den, hier schützt worden. So. Hier, Medikit. Und alles. Oh, noch? Oh, nice. Und hier drüben auch. Ja, geil. Ich hab'n Medikit gefunden. Ja, hier drüben ist auch noch eins. Okay, gleich. Äh, die werden langsam besser, die Waffen, die man hier findet. So, wo drüben? Da drüben? Da drüben. Hört sich an, als hätte ich so ne Freundin. Ich würd dich doch nie betrügen. Puh. Was sagst du jetzt? Hey, im Gegensatz zu dir bin ich derjenige, der Pull-My-Herr sachen kann. Ah, technisch korrekt. Ja, nein. Ich geh'n nicht da hin. Du geh'n nicht in die Region? Nein. So, okay. Geheilt sind wir alle. So, ich wollte noch Sachen machen. Wir beenden die Folge. Wie, oder? Wie, ganz leider müssen wir jetzt einen Cliffhanger reinbauen, weil... Zeit ist um. Tja. Müsst du beim nächsten Mal wieder reinschauen. Na? Und wie wir Chrom's Canyon überleben. Nächste Folge. Jippie. Juhu. Wey. Bis dann. Tschüss.